hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge cghausen projekt einen wunderschönen guten tag und zu euch es ist ja in der letzten zeit ja keine folge gekommen das tut mir leid das habe ich euch schon in der hofbergmann folge erklärt und da jetzt machen wir dort weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben das war beim dreschen und beim gras sammeln der rück so Ich kann schauen. Dann können wir hier weitermachen. Der Sound von dem ist geil. Jetzt ist er voll. Jetzt können wir abladen gehen. So. 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 Okay. Amnismia, zumachen an Allah. Dirig, dirig. Oh. Das war red. Warum wird hier kein Gras angekommen? Äh, hallo? Oh! Haben wir eigentlich schon Tiere? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah! Können wir dann Gras hinlagern? Hier vielleicht? Wollt ihr jetzt doppeln? So! Oh! Wo kann ich die Ars hin? Das ist aber schade. Ah, das ist ein Futter. Das passt eh. Ah! So, der ist auch Backpferd. Was haben wir eigentlich auf dem anderen Feld von unten? Das. Ja. Dann sind wir fertig. 13 er braucht noch eine minute den können wir schon zurückfahren und können wir jetzt wieder zum feld bringen zum aufsammeln 3 ab Hmm. Okay. und dann können wir hier weiter sammeln er ist auch wieder voll das auslähmen nicht dabei den brescher abdanken den brescher abdanken Den Bord mal zum Wolf bringen. Aai. So. Katschon dies. Ach, das liebe ich. Können wir dann später einräumen. Dann können wir den Drescher schon auf das Feld schicken. Rafa vielleicht auf 1 und dann können wir hier das Stroh einsammeln, den D-Tracker abdanken und ja, dann kommen wir mal weiter. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter. das kassetig machen, dann können sie abdanken, abdanken to so got it I can't I can't I can't I can't 99 100 Neuer Abhang Beerstellen bei den Escher auf Perfekt Perfekt 1 Perfekt 1 Perfekt 2 Let's Oh Feld 1 vorgewählt Gestückt Beim Dach Äh, jetzt bin ich aus Feld 1 vorgewählt Feld 1 vorgewählt Feld 1 vorgewählt Feld 1 vorgewählt Feld 2 vorgewählt dann sind wir auch mit der folge wieder fertig dann noch das und dann sind wir schon wieder fertig so meine lieben freunde wenn es euch gefallen hat dann schreibt eure meinung zu dem video in die kommentare und natürlich das like nicht vergessen damit ich weiß ob es euch gefällt und falls ihr noch nicht abonniert habt den kanal könnt ihr das gerne tun das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten folge haut rein und bis zum nächsten mal tschüss